Ich bin der Kirche von Dölander, ich bin unter der Staffel von Petra Stolberg und gehöre dem Kofferl-Jeder-Marsch von Johann Holzinger. Johann Holzinger ist der Komponist aus unserem Bezirk, einer der Gründe des Bezirks des Dachmusikverbandes. Guck mal, diese Kappelle ist Markus A. Gleitner und der Kappellnöste ist Christian Wechselbaum und ist ein Wechselbaum jetzt zugleich auf unserer Bezirks-EWV referent. Der Musiker bei der Schihe marschiert heute das 46. Mal an Marschwertungen und 1948 sind die Marschwertungen eingeführt worden, markierten Marschiert seit 1955 und sie nehmen den dritten Platz in dieser berühmten Edelstein. Wir haben seit 1976 36 Mal ununterbrochen an Marschwertungen teilgenommen. Das ist Spieze in unserem Bezirk. Vor dieser Belegenheit darf ich auch ein fest ankündigen, 120 Jahre freiwillige Feuerwehr und Musikkabelle der neugierten Landtag wird am 27. Juni gefeiert. Neu ist erstmals wird mit viel Akkubengel engagiert. Das ist Spieze in unserem Bezirk. Das ist Spieze in unserem Bezirk. Das ist Spieze in unserem Bezirk. Spieze in unserem Bezirk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020